Der Banksy-Zoo wird immer größer. Am achten Tag in Folge veröffentlichte der geheimnisvolle britische Künstler oder diejenigen, die hinter dem Namen Banksy stehen, ein tierisches Kunstwerk. Diesmal ein Nashorn, das hinter einem geparkten Auto und einem Müllcontainer auf eine Wand in London gesprüht wurde. Wobei reichlich Platz für Interpretation bleibt. Das Kunstwerk zog sofort Schaulustige und Kunstliebhaber an. Frühere Tierbilder zeigten eine Ziege, zwei Elefanten, drei Affen, einen Wolf und zwei Vögel, die Fische fangen. Zwei der Kunstwerke sind mittlerweile wieder verschwunden. So viele Kunstwerke in kurzer Zeit zu veröffentlichen, ist ungewöhnlich für Banksy. Eine Erklärung dazu gab es bislang nicht. Zwei der Kunstwerke in kurzer Zeit zu veröffentlichen,